Kann man in der Pflege eigentlich Karriere machen? Absolut, in jeder Hinsicht. Man kann sich auf Bereiche spezialisieren, man kann ein Studium machen, man kann in die Pädagogik gehen, man kann Lehrer werden, man kann PDL werden, Qualitätsmanagement. Also es gibt quasi kein Ende für Weiterbildungen ohne den Aufstieg nach oben. Bis zum nächsten Mal.